Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um die neue Funktion in Photoshop, nämlich die Motivauswahl. Und damit ist es tatsächlich möglich, mit einem Klick eine ganze Person auszuwählen. Viel Spaß! Mit dem Update im Januar 2018 hat Photoshop eine neue Funktion rausgebracht und das ist die Motivauswahl. Das bedeutet, ich kann jetzt in das Menü von Photoshop gehen, eine Auswahl erstellen und das mit einem Klick. Und das funktioniert echt richtig gut. Ich habe es gerade eben schon mal ausprobiert und ich möchte dir jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Lass uns direkt starten hier. Ich habe mal ein Bild rausgesucht, das habe ich irgendwann mal auf eine Hochzeit geschossen. Und ich habe jetzt hier die Person, also den Bräutigam, hier im Fokus, im Bild. Und wenn ich jetzt diese Person einmal schnell ausschneiden möchte, um sie vor einen anderen Hintergrund zum Beispiel zu setzen, dann gehe ich jetzt hier einfach auf Auswahl und dann Motiv. Das ist die neue Funktion und jetzt rechnet Photoshop kurz und du wirst gleich sehen, wie diese Person hier tatsächlich wirklich richtig gut ausgeschnitten ist. Jetzt ist Photoshop fertig und du siehst schon, dass diese Auswahlkante, die hier drumherum liegt, wirklich sehr, sehr gut anliegt. Wir können das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen verbessern, indem wir jetzt nochmal hier auf Auswahl klicken und dann Auswählen und Maskieren anwählen. Da können wir das Ganze nochmal so ein bisschen verfeinern, gerade um die Haare herum würde ich da nochmal so ein bisschen nachbessern. Aber ansonsten siehst du schon, ist die Auswahlkante hier wirklich richtig gut. Einzige kleine Schwachstelle ist hier oben am Kragen. Da kann ich noch einmal rüber gehen, dann nehme ich hier einfach meinen Pinsel, stelle den ganzen hier auf Minus und dann male ich da einmal ganz schnell hier drüber. So und jetzt ist das Ganze auch verschwunden. Und jetzt nehme ich mir einfach nochmal hier kurz den Haarpinsel, gehe einmal über die Haarkant hier drüber, um das Ganze wirklich noch perfekt zu verfeinern. Und dann haben wir hier wirklich alles drin, was wir brauchen. Aber das ist wirklich schnell jetzt noch gemacht. Und du siehst, dass man diese Auswahl, also das war jetzt vielleicht so ein ganz kleines bisschen Klickbait, gebe ich zu. Es ist doch nicht nur ein Klick gewesen, aber im Endeffekt diese Grundauswahl zu erstellen, das funktioniert inzwischen mit einem einzigen Mausklick in Photoshop. Ein kleines bisschen verfeinern und innerhalb von unter einer Minute kannst du hier wirklich perfekt eine Person freistellen. Ich gehe jetzt hier auch nochmal nach unten und wähle jetzt hier auch noch Farben dekontaminieren an. Dadurch wird die Auswahl nochmal so ein bisschen verbessert und wir haben, wenn wir so einen anderen Hintergrund, eine andere Hintergrundfarbe drin haben, nicht mehr diese Artefakte. Und das ist schon relativ gut. Jetzt sage ich hier einfach Ausgabe, neue Ebene mit Ebenenmaske, klicke hier auf OK und dann haben wir jetzt hier unseren perfekt freigestellten Bräutigam. Und das in wirklich ganz geringer Zeit. Also, probiere diese neue Funktion auf jeden Fall mal aus in Photoshop. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein bisschen was Neues zeigen. Wenn dem so ist, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentarfunktion und ansonsten den Kanal natürlich abonnieren für weitere Videos. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.